So Leute, willkommen zurück zu Let's Torture Myself Again. Ja, ich bin zwar ein wenig krank, aber es geht trotzdem mal weiter, weil ich gerade Bock habe. So, ja, dieser Level hier ist ziemlich doof, weil, guck mal oben auf... Oh, ich bin schon im Arsch. Oben auf das Zeitlimit, wo man da hinguckt, sieht man schon, es ist leicht eng. Und ich stelle hier gerade mal kurz 2% höher. Auch wenn das nicht so viel bringt, aber naja, ist ja auch nicht so wichtig. So, ja, dieser Level ist ein Wasserlevel mit Zeitlimit. Ja, nicht so leicht, wenn ich mal ehrlich bin. Man hört es vielleicht, dass ich krank bin, aber naja. Ich werde hinterher eh nicht mehr so viel reden. Ach, warum, warum nicht? Warum, warum, warum? Das war, was mache ich hier? So, so. So, jetzt der Rip Van Fish, der ein ganz schönes Arschloch sein kann manchmal. Muss ihn nur hinter den Mancha bringen, dann ist er nicht mehr so schlimm. Ja. Okay, okay, das klappt ja relativ gut hier. Der Boomerang-Typie. Ja. Oh, 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 das war nix. Das war nix. Nein, nicht so hoch schwimmen. In aller Ruhe, okay. Hat geklappt. Okay, okay, okay. Ich hasse dieses enge Schwimmen. Ich weiß auch nicht, warum ich Arschloch das eingebaut habe. Einfach, weil es fies ist. Joa, warum, warum auch sonst? Ich mein, es ist fick dich. Fick meine schreckliche Zeit zum Aufnehmen im Prinzip, aber... Ich hab grad Bock drauf und ich glaub, ich hab auch grad... Moment. Upsus! Ich kann auch nicht zu langsam sein in diesem Level. Der ist schon schwer genug so. Aber man muss auch noch schnell sein. Das ist das Problem. Upsa. Zu spät. Oder sowas zu laut sind. Upsa. Oh, jetzt ist meine Mutter nicht zu Hause. Und keiner ist zu Hause. Und dann kann ich ungestört aufnehmen. Was ein großes Plus ist. Weil das hier immer viel... Ziemlich zeitaufwendig ist. Ich hoffe, der blöde Fisch kommt mir nicht hinterher. Weil sonst hat man ein Problem. Oh, der schmeißt gar nichts. Okay, netter Bummerang. Nicht so netter Bummerang. Sehr, sehr ruhig. Sehr ruhig. Okay. Dieser Level ist einfach nur schwierig- teitsschwierig. Und nicht unfair-schwierig, weil irgendeine Scheiße passiert. Wie zum Beispiel unsichtbare Blöcke oder sowas. Sondern einfach nur, weil... Nein, der Linke! An dieser Stelle hab ich keine Probleme. Ah, jetzt sag ich's, dann hab ich gleich Probleme. Naja, naja. Okay, hier drunter her. Das ist kein Problem. Nichts. Nichts ist zu schwierig. Nein, 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 nein. So jetzt. Äh, nichts ist zu schwierig. Ist ein bisschen übertrieben vielleicht. Na, ach, wieder der Linke. Ach, komm, schau. Das Einzige, was damit ist, ist, dass man wirklich langsam fort und alle wollen immer da so durchrushen. Ja, wahrscheinlich... Deshalb... Ach, Fisch. Fisch wollen immer. Naja, egal. Was? Ups. Oh, nö. Ach, komm, jetzt wird uns zu... Und zack. Ach, wey. Ja, ich bin tot. Ach, wa... Das wäre plausibel. Plausibel. Ja, ich hätte zu... Oh, na, komm. Ach, puh. Okay. Ich liebe Donkey Kong Country Musik. Okay, jetzt hier. Ah, ha. So. Ich habe nicht mehr viel Zeit und da ist die Römer. Ach, komm, na, komm. Ach, nein. Ach, die scheiß Kanone. Scheiß Abstände, bitte. So. Okay, klappt. Kein Problem, kein Problem. Ich bin viel zu langsam. Zu langsam, die Zeit. Fuck, 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 fuck. Nein. Ja, ha, hee. Ja, das ist das Problem, wenn man sich zu viel Zeit lässt. Ich habe gar nicht geachtet, wo habe ich denn länger... Ach, so, ich habe so lange gewartet bei den Beschissenen, weil die so scheiße getimt waren. Ach, komm. Ja, wir hätten... Ich muss hier so schnell wie möglich durch. Nein, nicht, nicht. Ja, das war schon wieder Scheiß. Ach, komm schon. Weg. Ja, danke. Ach, nicht so weit nach rechts. Scheiße. Ich hätte nicht warten sollen bei dem Tisch. Nein, nein, nein. Du Arschloch. Ach, komm. Immerhin, dieser Level macht mir ganz... Oh, wufe. Ach. Ach, verdammt, der Recht, ich habe nicht darauf geachtet. Boah, das war gut. Nein, 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 ich habe es nur gemerkt. Ich Arschloch. Hör auf dich selbst, Mann. Hör auf dich. Wenn du krank bist, hast du mehr Ideen im Kopf. Mehr dumme Ideen. Okay. Okay. So. Huchten, puchten. Boah. Maff, verdammt knapp. Jetzt. Und, drüber. Okay. Besser als eben viel leicht. Nein. Das reicht nicht. Nein, ich Arschloch. Ich Wichser. Da kann ich gleich. Geduld. Na, komm. Na, na. Na, komm. Na. Na, na, na. Mario! W-Wah-Wah-Wah-Wah-Wah-Wah-Wah-Wah! Warum ist das Dissmuss so eng? Ok, sehr gut, sehr gut. Schieß! Schieß! Schieß, Mama! Ja, 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 ja! Und? Hoi, 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 hoi! Ich hab's okay. Alles ist gut bei mir, ja! So. Uh, das ging ja, das ging ja, das ging ja. Das war ja eine Sache. Oh, ho! So, nein, 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 so. So, bis, bis zum nächsten Mal, wenn, wenn die zweite Hälfte von Mario Needs the Drill kommt. Oh, bis dahin. TschööööööööööÖ